Hey Leute, ich will euch heute einen kleinen Google Trick zeigen, dafür müsst ihr nur auf Google Deutschland gehen und dann gebt ihr mal ein bei Google Let It Snow und dann sollte euch im Hintergrund die Schneefoppen fallen und euer Bildschirm sollte einfrieren, wie ihr gerade sehen könnt. Kommt eigentlich gute Weihnachtsstimmung auf und im Hintergrund läuft ja auch ein schönes Weihnachtslied. Irgendwann ist der Bildschirm dann komplett eingefroren und dann könnt ihr wieder auftauen. Einfach hier oben drauf drücken. Okay, das schneidet auch jetzt wieder weiter. Dann könnt ihr mal kurz auf meinem Kanal vorbeigucken und euch mal meine Let's Plays angucken, wenn es euch interessiert. Und ich möchte noch was anderes erwähnen. Ich habe eine kleine Wette mit euch. Mal gucken, wer ein anderes Wort findet, das mehr Klicks hat als das, was ich jetzt finde. Ich gebe jetzt mal ein bei Google, einfach Google. Und dort haben wir, was sind das, 1,77 Milliarden Ergebnisse. Findet ihr eins, was mehr hat? Zum Beispiel, Sex hat nur 48 Millionen. Facebook hat 15 Milliarden. Oder was sind das, 15 Milliarden? Was hatte ich mit Google? Hatte ich hier Trilliarden. Oder sind das Trilliarden? Ich weiß es nicht genau. Findet ihr eins, das mehr hat, das gibt dann ein Abo und ihr werdet im nächsten Video erwähnt. Danke euch und danke fürs Anschauen. Und es wäre nett, wenn ihr es im Facebook teilen würdet oder mir ein Abo gebt oder was auch immer. Und positiv bewerten, wenn es euch gefallen hat. Dankeschön und tschüss.